Hallo Leute, Willkommen zum Super Mario Maker, den ich jetzt starte. Oh, Mensch, Vorsicht. Oh, der Wattler. Wattler. Ich hasse es. Ich bin froh, wenn endlich mein Regato ankommt. Und es ist gar nicht Samstag, ich hab nur das Land zum Fall. Also, nicht wundern, alles gut. Moment. Also, auf jeden Fall bin ich voll der Aufnahme-Profi. Also, das ist voll super. Also, wie ich aufnehme, das schafft keiner. Genau, schafft keiner so dumm zu sein, genau. So, alles klar. Go. So, jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's halt und roll. Okay. Bitte warten. Event-Level. Nein. 100 Mario, Herausforderung. Auf, normal erst mal, ne? Okay? Okay. So, mal eben auf den Tisch setzen. Ja, auf den Tisch, genau. Weil hier wird es so, weil ich das so nicht gerade wirklich tue. Weil ich den Pferd, der ich immer noch nicht komplett sehe, und ich eigentlich eh nur aufs Gameplay gucken muss. Auf jeden Fall mega schlau. Hey. Hey. Bowser's Revenge. Hey. Los. Was ist hier drin? Warum ist da noch einer drin? No. Das ist fucking creepy. Das ist so, das ist so nicht so. Das ist fucking abgefuckt. Fuck, fuck. Das bist du nicht. Warum bist du nicht gestorben? Warum bist du gerade nicht gestorben, du Schuss? Kuhn ja genau aber die Städte übrigens in der Förstweil aus dem Challenge habe ich auch überhaupt nicht von Bolo abgeguckt oder so auf keinen Fall niemals ja warum ist das bitte auch normal ok update update kommt ja mit sehr schwierig kommt ja hinzu ne und scheiß das gehört nicht zu leicht das gibt ja allein für dieses Level muss man noch ein Update machen dass das dann sehr leicht ist WTF war ihr müsst mir mal erklären ich kenne mich nicht so aus mit diesem Spiel mit diesem alten warum haben die hier plötzlich Bärte und Käppis und noch mehr Bärte und Käppis und noch eine Käppi und noch mal Bärte und Käppis und noch Käppis und die sind plötzlich rot und und da sind Luigi drauf und werfen alle große Pilze und 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 aber warum hat die Wolke auch ein Bad warum haben die auch ein Bad und 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 so soll scheinen ganz ist das tat sei die tatsch soll die tors die torschen die tatscheide die tatschen durch schild das war die falsche mann der drüben werden natürlich voll schön gewesen wenn ein Daniel im Loch gewesen wäre ein einziger so nicht mehr da reingesprungen er auf jeden Fall gut gewesen um es ist auf dem fernseh so verdient und ich habe schon hdmi genommen und die unscheiß vergleicht mal das aber jetzt zum beispiel diesen sternen himmel oder was das ist hiermit schon unterschieden so falls ich mich gleich nicht verabschiedet tut mir dann leider ich bin hier zu konzentriert es ist jetzt nicht überall blöcke ich schicke den netten ich muss ich den checken ich glaube nicht was ist going on you what can you fire it out nope definitiv nicht also nicht der aber ich ich denke nicht oh shit wirklich wirklich was nein fucke dich warum musst du noch unternommen mal das ist das einzige schwere an diesem Level dass man hier nicht direkt hoch springen kann warum stehe ich in der Wand drin da auch die Musik war da geblieben und warum ist die Musik falsch die Götter nicht hin und jetzt tust du dich wieder oder was normalerweise tut er sich immer wieder nicht weiterkommt wenn er dumm ist oder so keine Ahnung eine Sekunde Komma 5 1 7 wow ich habe auch gar nicht lange gebraucht oder so nein überhaupt nicht auf keinen Fall gar kein Fach oh shit nein warum habe ich das so gemacht ich den jetzt einfach da hinwerfen ich weiß schon den Trick war nicht so schwer ein Klick Trampoline sind super Trampoline sind noch superer Trampoline sind immer superer Hallo? Na ernst? Wow, was mach ich da? Kann der überhaupt so hoch? Ich denke nicht Ich denke doch Ich weiß doch Haben irgendwie Alle Leveliere hier vorkommen immer das Ist das immer das gleiche bei den Levelieren? Weiß ein Wie immer eine schwere Aufgabe Trotzdem auch noch mal Ich bin so gut Ich bin so mega gut Ich bin so mega gut Oh no, danke Ich finde ganz ehrlich Hier sollte noch Wiederholungen eingefügt werden Was mir manchmal so episch Hallo? Na ernst? What? Das ist ein scheißer Ernst jetzt Oh Ich bin so mega gut Ja